Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit Super Mario Party. Wir befinden uns immer noch auf dem Pfad der Prüfung und machen natürlich den Expertenmodus und gehen gleich weiter Nächstes Spiel. Die singen Höhlen, okay. Hier müssen wir natürlich wieder sein. Wir haben ein bisschen höher gehen. Klasse. Höher kommt noch. Ich weiß es gar nicht. Verweiten würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Meter wir schaffen müssen. Mindestens 16 Meter Höhe. Ui, das haben wir geschafft. Ganz auf geachtet, dass wir es davon sollten. Gut, dass wir es geschafft haben. Jede Runde gewinnen wahrscheinlich dann, ne? 20 Punkte. Ja, es war schlecht. Das gelbe war der am meisten hat, ne? Ey, ich. Jawohl. Was hat die nicht so verloren haben? In fünf Runden ist das nur noch drei Regeln gewinnen? Oh, ne. Ne, auch der rote. Ne, der gelbe. Okay. Nein, das gelbe. Ah, verdammt. Nein. Das ist doch ganz wichtig. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's nicht gerechnet. Wird's go, right. Oh, right. Oh, right. Das ist wirklich schwierig. Aber ich glaub mal. Yes. Heute ist es ganz easy. Ich hab's geplant. Ja, genau so hab ich's geplant. Das hat er es geplant, hat er das geplant. super super freue ich mich dieses spiel muck steinschlepper okay das ist glaube ich so schwer aber nur eine bestimmte zeit schaffen ich glaube es gerade eine kiste wert obwohl er wird doch gerade vielen dank für die autogramme die später dankeschön dankeschön so war noch ein super team und gleich gegen waluigi kämpfen und dann hat es okay ballon der platt machen und ein bisschen auffassen hat sie mich getroffen was die ich gewinnen sollen oder was ich was gemacht habe nur ein kopf gemacht über luigi was wir spielen ohne dass das wecken jetzt scheiße okay ja 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 das gar nicht mehr ich hätte bestimmt bestimmte punkte anzahl bereichen so haben die geisterwahl abgeschlossen so ab die kiste und ja ordentlich geld schaffen auch hier mindestens 30 münzen das kann ich nicht die 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 aber so gerade noch im letzten schaufel geschafft Rhythmus spielen das mag ich nur mit einem punkt geschafft auch nicht das spiel ist ein bisschen fies ich bin dass er soll so haut den drehraushaben wie der sich lenken lässt okay das habe ich geschaffen ohne fehler start Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ende Vielleicht, oder? Fand ich ganz gut. Dann. Sehr gut. Der Durchmarsch gerade hier. So, Pinguin sagt, ne? Ah, das ist schwer. Das ist auch schon schwer. Wir sind gegen... Gegen den letzten... Start! 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 Okay. Habe ich Glück gehabt? War ich doch relativ flott gerade zu Gange. Aber ich finde, das ist wirklich schwer, das Ding. Das ist wirklich schwer. Na gut. Wenn es auf Zeit geht, dann offenmäßig sind die wohl echt gut dabei. Die 80 Punkte. Das kann ein bisschen... 90 geschafft hier, die Einzelspieler. Start! Oh nein. Nein, ich habe mir doch schon... Aber nicht, aber nicht nur, aber nicht dank mir, würde ich sagen... Der kleine Stormtrooper, würde ich gerade sagen... Oh, ich habe was gelacht. Sehr gut. So macht doch Spaß. Gehst du? Boah. Ne, wenn der Computer gegen da nicht richtig mitmacht, dann... Geh verloren. Start! Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, mache ich so verkehrt. Kommt auch immer drauf an, wie man selber, wo man selber hinläuft, ne? Verknotet man die ganze Scheiße, dann klappt es natürlich nicht. Gut. Guck mal. Ich habe ein Gehobacht, das Spiel ist mal einfach draufgedrückt. Fünf Schüsse, schneller als Gegner, alle Klötze am Stoß. Start! Okay, ich werde schon gar nicht mehr. Ja, also okay, muss ich... Muss ich... Koordiniert... Koordiniert erzielen. Die... Die ich nicht so viele Lücken habe, ne? Ja? Fangen wir mal. Ja? 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 Ich werde das Treffen, okay. Okay. Ich bin ehrlich. Versuchen wir mal. Start! Was ist das? Das wäre Mama, oder? das schon wieder nicht machbar für scheiße und dann hessen wir holen das auch bis jetzt aber ich weiß nicht genau treffen muss damit es ist ja mehr zu fall bringt wo sind wir noch schneller soll möglich sein so zu treffen das ist gut und erfüllt so wenn ich jetzt richtig setzt gut macht der meister ok das ist ein spiel wofür ich ewig gebraucht habe das werde ich nicht schaffen ich niemals ich muss das prima prima alles machen glaube ich ich habe doch genauso schnell gezogen doch genauso das ist auch unmöglich was ich überspringen werde glaube ich echt jetzt mal so wieso auch genau im rhythmus hier denken sie sich so auch wenn man durchmarsch gehabt mögliche wieso schlafe ich diese scheiß schlafe ich diese scheiß so springen wir jetzt ganz gezielt müssen wir zum schluss machen das hoch ich weiß aber es geht ich muss den ganzen weg laufen ok das war das schwierige ich muss allein laufen gehen ja recht breit ohne stolz wohlstands wolken ok auch immer gleich so leicht bringt man die mitte gut ich muss noch ein paar mehr mit zu kommen sonst kann wir schaffen ok wenn ich glück habe und gleich ein fünfer in der nähe ist kann ich die natürlich immer wie auch für fünfer ich habe die andere versuche alle mitzupfen und ich habe keine münzen haben ja gut aber vielleicht durfte man auch das nicht schaffen ohne ziel gewinnen ohne trocken ohne getroffen zu werden ok nochmal start oh das ist doch halt unmöglich auch ja oder ich lasse ihn die ganze zeit laufen die ganze zeit Yoshi ding ja 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 ich muss inzwischen bleiben und auch was ja 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 man muss er kann gar nicht sehen ist eigentlich blind okay aber so gute taktik dann so mache ich jetzt wieder alter jetzt ist was wurde man ja schon alle trifft und ich nur ausweichen muss dann ist es auch erst müssen wir werden ich muss Das Problem ist, wenn man da hinten gegenläuft und jemand will die gar nicht aufsammeln, der sammelt die automatisch auf und dann bleibt der immer stehen jedes Mal. Nervig. Warum bleibt der immer stehen? Das ist natürlich nicht gut. Ich lasse die Kuchen einfach hier. Ich hätte eine gute Idee, also die Dinger auf den Arm behalten, dann rumlaufen, dann sammelt er keine Auf und bleibt nicht stehen, dann hat man eine viel bessere Chance. Aber man muss sich auch was noch unterkriegt, ne? Nein, nein, die dumme Nutte da. Die dumme Nutte, habe ich gesagt. Döde Prinzessin, wollte ich sagen. Diese blöde Prinzessin. Oh, was probieren sie mal. Nein! Jetzt doch kann ich, dass er mich jedes Mal trifft. Der Spacko. Oder? Du bist schon frech. So, ich hole jetzt noch einmal. Das schaffen wir es auch. Ich habe ein Gefühl, dass es so ist. Start! Joshi steht aber auch immer ein bisschen weh, muss ich sagen. Nein, das ist so, dass der Joshi auch immer im Weg steht. Ich kann auch nicht um mich herumlaufen. Oh, das ist so blöde gemacht. Wirklich. Aber noch einmal. Dann lassen wir es. Dann lassen wir es auch sein. Der trifft sie mich gleich sofort. Okay. Das ist ein Spiel. Da gehört natürlich Frust dazu und Aggressivität und alles, ne? Das ist doch nicht dein, äh... Du suchst es noch einmal und dann stoppen wir es mit Play und dann versuchen wir es beim nächsten Mal wieder. Hey, hey. Klar. Aber ihr werdet alle sehen. Also ich werde auch beim nächsten Mal versuchen, das zu machen. Jetzt nicht ohne euch machen, hier. Los. Start! Nein! Ich wollte doch gar nicht... Okay, das ist die letzte... Das letzte Mal jetzt, dann ist Schluss. Dann ist das wirklich das letzte Mal. Gebe ich zu. Start! Nicht normal, dass der mich jedes Mal trifft. Wie der Donkey Kong? Ich habe gerade eben gesagt, das ist doch das letzte Mal, ne? Das ist jetzt wirklich das allerletzte Mal. Dann wird es dann... Dann ist Schluss. Ich werde auch nicht versuchen zu werfen, erst ganz zum Schluss. Mann, das ist... Ich traue mich das auch immer wieder zu, da hinzurennen, ne? Das ist dumm. Ich mag das nicht aufgeben, das Spiel. Ich möchte es unbedingt schaffen. Oh, versteht ihr das? Wo ist das Schock? Start! Ach man, ich versuche es immer wieder, ne? Das ist so blöde. Okay, jetzt verspreche ich euch nochmal und dann laufe ich wirklich nur nach oben rum. Ich werde hinten rum. Ich werde nicht versuchen, das da zu... das zu machen. Start! Oh, ne, komm Leute, wir müssen leider aufhören. Am nächsten Mal machen wir da genau da weiter an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bloß wenn ich jetzt weitermache, dann schmeiße ich den Controller an die Wand. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.